Ich muss es auch in die richtige Richtung drehen. Lalalalala. Schwabbel, schwabbel, schwabbel. Lalalalala. Lalalalala. Lass uns mal sehen. Wenn es hattet, können wir es nach Hause nehmen? Ja, meine Damen und Herren. Natürlich können wir es nach Hause nehmen. Okay, da ist zu. Lass uns mal sehen. Lass uns mal sehen. Gebrauch und Bibles. Wires kamen aus dem Boden, wilden, liehen, liehen. Wie die Serpents waren und waren in ihre Augen, als sie ihre Verkaufs wurden. L-Listening. Listening. Dass wir jetzt sowas von auf Heiligen Boden können. Then I refute his embrace. I will carve a new good for us all. Such madness, such fool I was. If such blasphemous raving had remained with me, I would be doomed. But even here I feel the machine throbbed beneath the flags and I know my past awaits me, awaits me. Ich stürmte, dass man seine Frau verloren hat, deswegen bin ich das ja nicht. Ich verrufe das ja irgendwelche versuche gemacht, hatte die Versuche gemacht, haben Leute halt irgendwie wieder zu beleben oder über eine gewisse Lebensdauer zu erhöhen. November 23.1.899. Twin candles spent to the will of the Central Sound, casting their lights. to the corner corners of the chapel father jeremias i thought could be trusted business with the secret but he's like all of the others so the old priest has gone to the holding pants with his flock he says he will enter into our world with them a sharpened indeed shepherd glaube ich oder sowas ist ein schäfer ha ich kann englische worte oh mein gott schwese scheißmaske ich weiß nicht ob das eben schon lag oder nicht ich hab mich geguckt so hier kannst du von beiden seiten wahrscheinlich hoch your faith shackles your vision professor it is an iron coffin that keeps you from grasping the future we require a new deity one of steam and the wheel of magnetism and progress the old god is nothing more than a lame hog spitting back awful at mankind okay okay keine ahnung kirchen naja ist nicht so mein lieblingsplatz und kerzen die definitiv schon eine weile brennen schweine schweine some kind of mechanism a secret infernal one of no doubt the missing candlestick is clearly the answer but why this cannot fathom why hide secret machines in a place of prayers and where are the faithful why are the drag man drag marks und schweine und schweine und schweine und schweine siegene drückt macht und ich ehrlich bin und und Ja, hab ich mal da oben ein Ohr gespielt, das reicht. Danke. Wir müssen einen fehlenden Candlestick finden. Irgendwelche Bibeln, die wahrscheinlich auch nichts mehr helfen. Ich weiß nicht, dass sie das jemals getan hätten, aber egal. Mit dem Seh in Frieden lassen wir das zugutekommen. Mein Daddy. Dann suchen wir mal fehlende Kerzenhalter. Hm. Nee. Du hast es einfach, einfach eine Kerze da abzunehmen. Hey. Hey. Das ist auch ein Schweinchen. Was haben die mit Schweinen? Ich würde gerne mein Gesicht grad mal sehen. Ob ich nicht auch so ein Schweinemensch bin. Aber ne, den Spiegel lass ich mal, wo man sich so halb erkannt hat. Das sah mir relativ normal aus. Braune Haare. So ein Vollbad. Wenn ich mich auch recht daran erinnere. Ich schreie ihn weiter entferne. Ich schreie ihn weiter entferne. Ich schreie ihn weiter entferne. Ich habe das Gefühl, dass Schweineviewee wahrscheinlich gleich wieder aufkreuzen, weil wir das hier haben. Okay. So. Journal. Infernal Machine. The engine fires. The flames are stroked. I hear steam in the walls. Vibrations up in the very air. My heart flutters at the prospect of throwing the lever and exposing the working of this dark contribution. But my children beckon me on and I cannot fail them. Journal. A hellish portal. It appears I have no choice. Sooth I descend and may God have mercy up in my soul. If this is my bedlam and I am to be cast as Matthews, then I will wear that mantle for the sake of my boys. A face whatever horrors lies beneath the altar. The altar. The altar. The historical sequence. Here to go, Papa! Hold the act to your ear. You can hear the sea. Das ist ja, wenn wir ein Ei ans Ohr halten und dann höre ich die See. Ganz eine Menge Käfige hier unten. Ich habe halt dieses komische Schweinevieh nicht gesehen, dass unsere Lappe geflackert hat. Die sind ja immer dann irgendwo. Ist auch Holz. Ich müsste gerne mal hoch den einfach nur reinschauen, aber... Und ich habe da. Hier ist es ja noch! Hier ist es ja noch. Hier ist es ja noch ein Tipp. Jetzt kann ich die Halle nach Hause. ich habe das Gefühl, dass da überhaupt irgendjemand drin ist, so rein optisch, weil wäre ja auch unnötig, weil man es eh nicht hoch machen kann, aber naja. Das war nah dran, aber es scheint einem bisher nicht unbedingt was zu tun. Ich verstehe es mit dem Schwein halt absolut nicht, ne? Ist das Blut da drin? Ist das gefährlich? Okay, ja, es tut mir was. Das war's. Das war's. Das war's. ich weiß nicht ob es ist absichtlich dass ich sterben soll da mit augen die erscheinung problem mit licht ach fick dich doch durch das kackvieh ich setze ein bisschen strange das ist weg dem es uns vermöbelt hat ich jetzt nicht so ganz und so ist stokin der folge wird nicht löst der schiff ist beklemmt jeder liegt in der halbe licht wartet um zu drühen in der frühe er ist paperwhite und belastet was war das gerade war das in schief mit ok außerhalb von möbeln und dann in den käfig stecken tun sie sich wieder die scheinen gerne schweichern gerne gerne ratten zu essen ok da ist zu eine leere benzinpumpe warte mal mann hier ist ein etwas andere ich dachte gerade das wäre das eine ding wo wir eben das aufgefüllt haben mit dem schwein wagen sind aber so ja alles ein bisschen anders ist oder oder das geht erst zu das gefühl ich werde selbst am ende von dem spiel nicht verstehen was abgeht ist das ist ich ich es ich habe die du zu du du wie du wach du wach du 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 Little Darlings Clear of Its Will Candle. Na gut, das geht sicherlich schief. So, es ist eine Karte, wo ich mich gerade befinde, in welchem Gebäude. Oh je. Ich hoffe, ich muss nicht in jedes rein. Ganz schön groß und dunkel hier und wow. Wieder Schweinchen-Alarm incoming. Ich check immer noch nicht, ob dieses Schweinchen jetzt, mich hätten eben zum Beispiel zusammenschlagen sollen oder nicht. Wir haben im Käfig aufgewacht, ja. Und dann ist es plötzlich weggerannt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es auf mein Licht überhaupt wirklich reagiert hat, oder? Dann muss es einem lehmlichen Schwein folgen, oder? Okay, da ist eh zu. War da gerade ein Schwein auf dem LKW drauf? Ich glaube fast schon, ja. Ach, ein bisschen frische Luft tut gut. So. Gut, dann müssen wir doch nach unten immer tiefer ins Herz der Maschine. Und dem Schweinchen in der Herr. Sind es dann wahrscheinlich am Ende doch noch verwöhnt, wenn wir den umbringen würden, dann war es keine dumme Idee. Gut, dann geht's mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020